So, da sind wir wieder zurück und wir machen in diesem Video die Aufgabe, sammle im Verlauf eines Matches Holz innerhalb von 60 Sekunden nach der Landung aus dem Schlachtenbus, also sobald wir gelandet sind. Aber, erst eine erfreuliche Nachricht für alle von euch, die gerne Fortnite spielen, wir machen, da wir den Creator Code haben, Custom Games mit Preisgeld. Wie das Ganze abläuft, kurz zusammengefasst, wir spielen über einen gewissen Zeitraum, sei es eine Woche oder zwei Wochen, und wer dann die meisten Siege hat, der bekommt das Preisgeld. Also nicht nach einer Runde und dann kriegst du was, ist einfach nur, um die Community an sich, sag ich mal, zu belohnen für ihre Aktivität und die mich natürlich damit automatisch unterstützen, dass die Leute halt dann was bekommen. Heißt quasi, wer am meisten immer da ist, hat natürlich auch die höchsten Gewinnchancen. So, wie das Ganze dann aussieht, ganz kurz erklärt, nämlich, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben vor zwei Tagen angefangen mit dem Ganzen. Koko hat jetzt drei Spiele gewonnen. Mensuri zwei, Schlips zwei, dann Toxics auch zwei. Toxics hat einen, der eigentlich mein Geheimfavorit ist, insgeheim, aber, wie gesagt, wird sich noch einiges tun. Also, wenn du mitmachen willst, gerne mal vorbeischauen. So, des Weiteren, ihr wisst ja, ich hatte vorher immer Skinverlosungen, die habe ich jetzt immer noch. Aber, mit einer kleinen Bedingung, nämlich, erst wenn wir die 800 V-Bucks haben. Warum? Weil wir das einfach so zusammen im Stream entschieden haben. Wir machen extra 800 V-Bucks, damit einfach häufiger irgendwas verlost wird. Ist einfach auch mal wieder ein kleines Dankeschön dafür, dass ihr mich so supportet. Und, so, was musst du machen, wenn du neu bist und willst das natürlich gerne alles mitnehmen? Gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Glocke aktivieren deshalb, damit du einfach die neuen Videos siehst und die neuesten Informationen morgens im Shop-Video mitbekommst. Also, immer morgens Shop-Videos gucken. Da wird nämlich dann immer alles verraten, was am Tag so passieren wird. So, was musst du aber definitiv machen, wenn du ein Skin haben willst? Natürlich mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Wie geht das Ganze? Einfach hier oben links. Einfach yt-familyhack. So, da eintragen. Dann auf Abschicken. Natürlich kann ich mir selber keine Freundesanfrage schicken. Das Ganze haben mir jetzt schon fast 800 Leute gemacht. Fehlen noch, warte, lass mich lügen. Vier Stück. Dann haben wir 800 Leute zusammen. Warum musst du das Ganze machen? Ist ganz simpel erklärt. Ich kann das Ganze immer nur als Geschenk kaufen für euch. Was bedeutet, wir müssen, wie du siehst, er kommt glaube ich eben neu dazu. Wir müssen zwei Tage miteinander befreundet sein. Heißt, 48 Stunden. Also, ich habe nachgeguckt, es sind wirklich genau 48 Stunden. Heißt, wenn du jetzt deine Freundesanfrage raussticken und wir haben 8 Uhr abends, geht das erst zwei Tage später. Was bedeutet, sollte ich im Livestream einen Skin verlosen und wir sind noch nicht lange genug befreundet, kann ich dir leider den Skin auch nicht schenken. So, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Dann, wenn du natürlich das absolut Beste machen willst, gerne noch meinen Creator Code eintragen. Y und T unterstrich Family Egg ist natürlich kein Muss, aber würde mich natürlich auch supporten. Was natürlich auch die Preisgelder ein bisschen beeinflusst, weil es ist klar, irgendwo muss das Geld hierher kommen. So, dann auf Annehmen. Dann seht ihr hier oben rechts steht der immer und wenn ihr irgendwas kauft, steht er auch noch hier unten. Ist ganz einfach, egal wen ihr unterstützen wollt, guckt einfach immer, dass der Creator Code drin steht, weil es ist einfach Geld, was ihr irgendeinem anderen quasi wegnehmt. Und wenn es keine Ahnung wer ist. So, dann würde ich sagen, guck mir nochmal kurz, was genau die Aufgabe war. Nämlich, äh, blablabla, sammle im Verlauf eines Matches Holz innerhalb von 60 Sekunden. Und da gibt es eigentlich nur einen bestimmten Ort. Und das ist das Holzlager. Wo das Ganze ist, werden wir jetzt gerade nochmal zusammen gucken. Denn, ich sehe es immer erst, wenn ich die Map sehe. Ich kann mir irgendwie die Map nicht richtig einprägen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss gleich definitiv erst die Map gucken und dann weiß ich wieder ungefähr, wo das Ganze ist. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit und Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, aber immer noch alles machen willst, zum Beispiel Custom Games, Skinverlosung, dann gern dein Abo dalassen. Wie gesagt, wir sind jetzt 2120. Erstmal Gruß an die Neuen, die heute schon allein wieder dabei kamen. Also, ich kann wirklich nur immer wieder Danke, 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 Danke sagen. So, das haben wir ja schon das erste Problem. Nämlich, das Holzlager ist genau hier. Aber, ich glaube, wir, warte mal, gibt es sonst noch irgendwo? Wir könnten eigentlich auch hier bei den Bäumen landen. Also, wie gesagt, der beste Ort ist definitiv hier. Weil da halt alles voll ist mit Paletten. Ich bin gerade überlegen, ob wir trotzdem rüberfliegen sollen. Das ist halt echt die Frage. Weil 300 Holz ist halt schon eine Menge. Und wie gesagt, in Gruppenkeile findet ihr natürlich das meiste Holz. Aber ich glaube, ich fliege echt darüber. Einfach in der Hoffnung, dass da keiner ist. Weil dann ist die Aufgabe ganz einfach zu schaffen. Wir lassen uns einfach noch ein bisschen gleiten. Weil da werden eigentlich Safe-Gegner sein. Weil die Aufgabe haben ja ziemlich viele. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Ich habe eigentlich jede Aufgabe so nach der Reihenfolge bisher gemacht. Eine habe ich vorgezogen. Aber ich denke mal, da wird eigentlich ziemlich viel los sein. Gerade noch, weil Slurpee in der Nähe ist. Da wollen die meisten sich dann ihr Blue Life. Aber wir gucken einfach mal ansonsten halt wirklich da landen, wo viele Bäume sind. Aber der beste Ort ist halt definitiv da hinten, das Holzlager. Also es gibt keinen Ort, wo wir mehr Holz kriegen als hier. So. Was ist denn los? Hat sich die Grafik leicht verändert? Und wie gesagt, nicht die Paletten, sondern wirklich diese Baumstämme. Die geben einfach so viel Holz. Am besten landen wir hier ganz außen. Ich sehe aber mal keinen. Und das Ganze funktioniert nämlich auch, wenn ihr einfach wieder gelandet seid. Also nicht nur jetzt, sondern so 300. 300 ist schon eine Hausnummer. Tak, 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 tak. Ja, jetzt sind wir bei 200. Schneller. Ah, ihr seht ja, ganz easy machbar. Wie viele Holz haben wir jetzt? Jetzt schon 500. Oh, Gegner ist auch hier. Dem versuchen wir natürlich jetzt erstmal aus dem Weg zu gehen. Ja, Sniper. Ist klar. Eine Waffe ist hier und das ist natürlich ein Sniper. Das ist natürlich wieder belastend. Ah, da hinten ist er. Was hat er vor? Lol. Kriegt man den 31er Move hin? Oder ist er durchgezogen? Ne, da hinten ist er noch. Hä? Da war er doch. Oh, diese Lecks. Ich hasse mit Donnersers zu spielen. Donnersers, die Lecks, die sind echt anders. Ah, so kann es gehen. Zwei Herdschutz. Aber ich will jetzt trotzdem noch den anderen haben. Aber wir haben halt nur... Was ist denn jetzt der Gegner hin? Oder war der das? Das war der doch nicht, oder? Freunde, ich kenne wirklich noch nicht alle Aufgaben. Aber ich hoffe echt, dass nicht wieder irgendwas von Boot kommt. Ey, ist der durchgezogen? Oder wo ist der Dulli hin? Also, wie gesagt, ich sag's nochmal ganz kurz. Ich zeig's auch nochmal auf der Minimap. Genau hier ist der Ort. Also, wenn ihr da landet, selbst wenn ihr die Paletten abbaut, werdet ihr safe hinkriegen. Aber, wie gesagt, die Baumstämme geben euch halt echt am meisten Holz. Also, da gibt, glaube ich, nichts anderes, was... Ey, es gibt nichts anderes, was mehr hat. So, dann vergib... Das war mir klar. Die meisten vergessen hier unten die Truhe. Oder finden sie einfach nicht. So, dann drücken wir uns grad von Biggie rein. Oder auch nicht. Die Lecks, ich sag ja... Ist das nur bei mir so, oder ist das bei euch auch so? Immer wenn die neuen Missionen kommen, leckt es wie noch was. Also, das ist echt schon seltsam. Oh Gott, der hat ja gar nichts gelootet. Ist nicht besser, wüsste ich, hätt ich gesagt, es ist ein Bot. So, hören wir uns die EP auch noch mit. Ich würde sagen, das war's aber dann an der Stelle jetzt erstmal. Wie gesagt, wenn ihr bei Custom Games mitmachen wollt, mit Preisgeld und ein paar Skins eventuell gewinnen wollt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, Freundschaftsanfragen schicken und der I-Punkt wäre natürlich, wenn ihr meinen Creator-Code benutzt. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein, euch viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt, ich lade alle hoch und bis dann.